SPONGEBOB Partyzeit! Was für ein Glück! Bikini-Bottom steht Kopf, denn wir feiern 25 Jahre Spongebob! Ich bin dabei! Endlich gibt's den Spongebob Wunschfreitag! Was ist das für ein Tag? Was macht man da so? Jeden Freitag laufen die Lieblingsfolgen eurer Toggo-Stars. Und ihr könnt auch mitmachen. Einfach in der Toggo-App abstimmen, welche Spongebob-Folge am Wunschfreitag laufen soll. Ist doch kinderleicht! Der Spongebob Wunschfreitag. Am Freitag ab 18.05 Uhr.